Wir sind das RSC3, das Kompetenzzentrum des DLRs für Responsive Space. Die Daten und Dienste weltraumgeschützter Systeme sind wichtig für geschäftschaftliche Funktionen. Satellitennavigation, Kommunikation, Erdbeobachtung sind aus unserer modernen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Die Ziele des RSC3 sind die technologischen Grundlagen zu legen für die zukünftigen Weltrauminfrastrukturen, um sie resilienter zu machen gegen Ausfall. Satelliten können Fehlfunktionen haben, sie können aber auch gegebenenfalls zusammenstoßen. Diesen Bedarf decken wir mit Responsive Space. Ein Baukastensystem für Satelliten ist eine Denkmöglichkeit für Responsive Space, um zum Beispiel verschiedene Nutzlasten optisch Kommunikation, Navigation mit einer bestehenden Plattform zu kombinieren. Wir erforschen am RSC3 die notwendigen Technologien. Also wir testen zum einen die Softwarekomponenten, die Lageregelung des Systems in unserem Lageregelungsprüfstand. Der Anwendungszweck ist im Moment von der Trennung vom Trägersystem bis hin zur operationalen Nutzbarkeit maximal zu verkürzen, idealerweise innerhalb eines Umlaufs um die Art Atmosphäre. Ein Satellit auf dem Weg ins All muss eine besondere Hürde überstehen und das ist der Start. Übersteht er den Test auf dem Schwingprüfstand, übersteht er mit großer Wahrscheinlichkeit auch den Start ins All. Die Tulpe kann Satelliten lagern unter kontrollierten Bedingungen. Das ist wichtig, weil wir davon ausgehen, wenn wir innerhalb von drei Tagen Satelliten in den Orbit verbringen wollen, dass diese Satelliten schon bereits am Startplatz gelagert werden müssen und wir testen den Satelliten auf seine Einsatzfähigkeit in dieser harschen Umgebung Weltraum, indem wir die Thermal-Vakuumkammer nutzen. Man kann sich das als eine Kombination, also einem Ofen und einem Kühlschrank vorstellen und zusätzlich kommt hier noch die Belastung der fehlenden Atmosphäre dazu, sprich man bringt ein Hochvakuum auf. Für die Untersuchung von Feststofftriebwerken ist nicht nur eine Testanlage notwendig, sondern auch die Möglichkeit, sie selber herzustellen, sprich Treibstoffblöcke zu gießen. Dazu besitzen wir hier am RSC3 eine moderne Treibstoffgießanlage, die für die Erforschung unterschiedlich zur Treibstoffkombination eingesetzt werden wird. Hier im Staatsbereich oder im Staatssegment haben wir hier am Standort eine einzigartige Infrastruktur, den sogenannten Vier-Zellen-Block. Wir können hier Festtreibstoffmotoren, also auch Hybridmotoren, testen bis zu einer Netto-Explosivstoffmasse von einer Tonne. Das ist einmalig in Deutschland und deshalb ist auch dieser Standort sehr besonders. Zündung in fünf, vier, drei, zwei, eins, jetzt! Das Bodensegment ist die Schnittstelle zum Satelliten, sowohl in der Kommunikationsstrecke, also Daten zum Satelliten zu senden, als auch Daten vom Satelliten zu empfangen. Hierbei nutzen wir moderne Technologien, Lasertechnologien, das heißt wir senden diese Daten über eine Laserstrecke zum Satelliten und empfangen sie von dem Satelliten. Damit ist eine sichere Kommunikation und eine sehr breitbandige Kommunikation möglich. Unser Team hier in Traun besteht aus hochmotivierten Mitarbeitern, jung wie alt, Universitätsabsolvent bis hin zum erfahrenen Projektleiter, die alle sich dem einen Ziel verpflichtet fühlen, diese Technologie für die Bundesrepublik, für Europa zur Einsatzreife zu bringen. Wenn man sieht, wie jetzt hier Hightech in der Heide aufgebaut wird, wir eine Vernetzung nach außen auch mit Industrie und anderen Forschungseinrichtungen erzielen können, das erfüllt einen schon mit Stolz und Freude. Wir vom RSC3 in Traun in der Lüneburger Heide wollen unseren technologischen Beitrag für eine höhere Sicherheit der zukünftigen Weltrauminfrastruktur leisten und sagen, einfach mal Traun! Aufmerksamkeit! 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 Nun inszenge displayed un Tinchine! Vielen Dank.